Und damit hallo und herzlich willkommen, ich bin GüntherLP und das hier ist ein kleines, ja, Let's Test zu Legend of Ping Pong. Hell yeah! Und das ist einfach nur so ein ganz, ganz kleines Ping Pong Spiel und das Intro, das werden wir jetzt jetzt mal skippen. Und wir werden uns jetzt mal eine Frankreich-mäßige Mannschaft aussuchen. Nee, wir nehmen uns natürlich, ähm, Korea. Mit Schlitzaugen. Bam. Bam. Ja, verkackt. Unten sieht man den Punktestand und, äh, daneben meinen totalen Score. Den totalen Score! Ja, was will zu tun, ne? Was will zu tun, ne? Pow! Wow! Okay, der war daneben. Verdammt! So, go, go! Ja. Ja. Ja, Mann, ich bin 3-2-1. Bam! Wow! Yeah! Okay, das war nicht nur Magikill, das war, sondern auch laut. Was ist denn das für ein Noob? Oh, Leute. Okay, das ist natürlich auch, oh, Leute. Das ist natürlich auch nur der erste Gegner, ne? Aber, ich meine jetzt... Yeah! Und irgendwie er den Ball spielt und der Gegner kriegt ihn nicht mehr! Yeah! Kriegt keinen Ball hier mehr! Bam! Bam! Schlagt den jetzt immer rechts hin? Scheiße. Irgendwann wird der verlieren? Woo! Der war nice, der war nice. Jetzt immer links hin. Dann immer rechts hin. Rechts. Öh! Hat er unmöglich bekommen, unmöglich. Bam! Scheiße. Bam, Junge. Ich krieg gleich was auf die Ömmel Nöööö Ach, ich hab schon gewonnen Haha Gewonnen So, und jetzt Ach, das ist wo ich spiele Achso, naja, dann sprich mal wie die Franzosen Die sind natürlich total einfach Die bash ich an die Wand Bam Bam Scheiß Franzosen hier Äh, ich mein natürlich Franzosen Ganz nette Leute So, go, go Ey, komm Woo 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 Also, wieso kriegt der den denn noch? Ja Nein, da war daneben Ich dachte, der war noch auf der Platte Ach, komm Ja Endlich Oh Gott Was ist das denn? Gott, da hab ich noch bekommen Soll ich mich nicht beschweren? Pau 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 Alter, jetzt verkackt doch mal Alter, der Franzose führt schon 3 zu 1 4 zu 1 Was soll denn das hier? Na, muss ich das wieder von vorne anfangen? Oh Oh Gott Komm Komm Verkackt doch da mal Ja Wow Mega man Mega man Mega man, ich hab das geschafft Alter, ich muss sagen, dieser Applaus ist echt verdammt laut Pau Krieg's nicht mehr Scheiße Scheiß Noob 4 Scheiß Snoop Noob Dog Snoop Noob Dog Wer kennt die nicht? Boah Ja 3 zu 4 Komm, ich wohl auf Nein Nein Yes I'm so fucking good Oh ja Oh ja Jemann Komm 5 zu 5 Ist halt unentschieden Und jetzt geht das Spiel 11 zu 5 aus Scheiße Ja Nein Nein Ich bin getroffen Boah Unmöglich für ihn Unmöglich Bam Scheiße Daneben Scheiße 6 zu 7 für ihn Scheiße Er wird das Ding noch gewinnen Und er ist Franzose Was soll denn das hier jetzt hier? Pau Jemann Konnte er unmöglich kriegen Der war so geil da Der Schuss Scheiße Oh Wow 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 Ey, wieso nützt du denn immer an? Nein Daneben Ja Nein Ihr müsst bedenken Falls ich Ja Falls ich das hier verliere Ist das Let's test Wobei Scheiße 10 zu 9 für ihn Oh Okay, der hat gerade ein bisschen geistige Spastiken Okay 10 zu 10 Oh mein Gott Oh nein Nein Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ja Komm 11 zu 10 für mich Kann er unmöglich noch gewinnen Unmöglich Wenn ich jetzt nicht den Punkt machen werde Ich meine die Mitte spiele Ja 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 Oh Bam So Jetzt gehen die Schweden Die mach ich fertig Ja 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 Zuschauer Bitte seid ruhig Bam 1 zu 0 für mich Snoop des Omen Ja Ja 13 zu 0 Dann klatsch ich locker in die Wand Oh no Das ist ein scheiß Noob Ich kriege gleich was noch auf die Frisse Komm schon Oh yeah 4 zu 1 für mich Gar nichts Bam Ah scheiße Bam Yes man Yes we can Der schlägt ja einfach nur ganz billig immer zurück Der kann ja gar nichts Ui hu Schlägt mir immer genau in die Mitte Ja okay diesmal nicht aber Scheiße Pau Jetzt mach ich nochmal voll fertig Noob Nein Scheiße Scheiße Ja Gar nichts kann der Gar nichts kann der Bisschen Rumspass Kann der Mehr aber nicht Im Basten Sinne des Wortes Juhu Ey der kann ja gar nichts Oh Ich dachte immer Die Schweden Äh ich meine die Franzosen Wären schlecht Oh scheiße Wobei ich mich mit Tischten Ist auch nicht allzu sehr auskennen Aber okay Ist ja nebensächlich Ich weiß nicht Dass die ganzen äh Asiatischen Länder Darin ziemlich gut sind So Go go Hä komm 9 zu 5 Das kann der Unmöglich noch aufholen Vor allem da seine 5 Punkte Fast alle von mir kommen Weil ich die Platze Nicht getroffen habe Okay jetzt noch gegen Japan So Ah scheiße Komm schon Mo Alter was kriegt der denn da immer noch Die Schläge raus Schläge muss es geben Boah bam Boah bam Boah bam Ja Yes man 3 zu 1 4 zu 1 Den klatsch ich an die Wand So Nein Oh nein Oh doch War noch drauf Gut Alter was ist der auch immer für Schläge noch rauskriegt Nein Nein Scheiße 5 zu 3 Nein Steht der mit dem Griff zu einfach ey Was ist das denn für ein Moob Nein Nein Ich hab zu weit geschlagen Was soll das denn Ja Ich geh mal näher ans Netz ran Oder auch nicht Nein Oh lol Okay ich glaube ich bleib mal weiter weg Oh jetzt Ja Oh lol Bam 9 zu 5 Der ist weg Der ist weg Der ist geschlagen Scheiße Scheiße Nein den kriegt er noch Was ist denn das für ein Uber Pro Ja man 10 zu 7 Das ist doch ein Punkt Scheiße 10 zu 8 Scheiße Scheiße Nein Ey der holt tatsächlich noch auf Ja Bam Und jetzt Gegen die Chinesen Ich mach die fertig Der Power auf M Äh Power auf Ampire Doch Krass Ja Die Zuschauer sollen mal leise sein Pow Pow Alter wie sie auch alle kriegt ne Wie er mir immer nur genau die Mitte schlägt Ja Bäm Das soll der Beste sein Puh Lächerlich Ich weiß ich weiß ich bin der Beste Nein Ja Ja Nein Wieso Nein Oh Gott Oh doch hab ich noch gekriegt Okay Oh yeah Keine Chance Keine Chance Oh nein Wieso treff ich denn nicht Komm das Oh scheiße Er führt 4 zu 3 Scheiße So lange mal wieder Dass ich im Rückstand bin Nein da Ey da hab ich über die Platze rüber geschlagen Was gibt's Oh Leute Ah er hat daneben geschlagen Boop Ja Ja 5 zu 5 Come on Jetzt geh ich in Führung Ja Kann gar nichts Der kann einfach gar nichts Nein Nein Irgendwie ist das voll das Aufregspiel Find ich zumindest Yes baby Yes baby Yes we can Yes we can Oh 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 jetzt hab ich wieder über die Platze rüber geschlagen Toll Yes Baby Danke 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 allerseits Ich hoffe es hat euch gefallen Und man sieht sich auch beim nächsten Mal Wenn es heißt Let's play Äh let's test Haut rein Ich hoffe es hat euch gefallen 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 Ich hoffe es hat euch gefallen